Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge 500 Jumps to Success und ich bin bei Luke Crafter, der gerade runtergefallen ist und gestorben ist und der, der mich geschubst hat, ist Dominik. Hi, guten Tag. Ja, in der letzten Folge haben wir es hierher geschafft durch eine kleine Hilfe, die, ich muss sagen, das kann man verwenden, ja. Die zwei Betten sehen doch so schön aus. Das war schon, ja. Ja. Das war schon. Oh, komm, beim ersten Mal bin ich so weit gekommen und jetzt schaffe ich nicht mal mehr den ersten Sprung. Ah, jetzt wieder. Ja, ich habe es bald geschafft, aber ich glaube, ich hätte auf den Zäunen stehen sollen und nicht auf den... Ich bin so weit gesprungen gerade. Langsam habe ich das mit der Zäune drauf. Ha, ich habe es mit dem Zäunen geschafft. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, aber für mich ist trotzdem voll schwer. Das habe ich irgendwie kaum gemacht eigentlich bisher. So Zaunsprung. Bisher gab es eigentlich immer nur so Sachen wie Leiton oder Blücke. So blücke ich dann natürlich klar, aber... Blücke ist schon einfach. Ja, ja, ab und zu... Ich kann dich voll schubsen. Ich schubs dich gleich. Ich bin hier oben, ja. Ich bin hier oben, ja. Ich laufe. Du bist da oben, dann. Ich kann dich schubsen. Ich warte noch, bis du auf dem Nationblock bist. Nein. Zu weit gesprungen. Ja, ich auch. Ich hätte doch sagen können, dass man da zu weit springen kann, ja? Ja, gell, das ist voll kagel. So. So. Rock. Bin gerade richtig gesprungen. Oder du? Weiß jetzt du oder ich? Ja, beide. Weil ich bin dann gesprungen, als du... Nein, schon wieder zu weit. Aber ich bin hier auf dem Bett gelandet. Ach man, ich springe auch zu weit. Das ist ja voll schlimm. Zack. Mal voll das cool Geräusch. Weiß auch nicht. Ja, ist komisch. Voll ist aber... Oh, ich verfehlen die Plattformen da immer. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, die Plattformen sind ja nicht schwer. Ja, das denkst du aber. Das ist so. Ich springe zu weit immer. Oder ich rutsche runter oder was auch immer. Du backst runter. Nee, ich koche. Du bist ja nicht ganz gesprungen. Nein, ich koche runter. Ha, 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 ha. Der war immer voll schlecht, was auch nicht. Der war schlecht. Ich sehe, es geht nicht mal. Die ist einmal runter. Ja, okay, was denkst du, warum er so schlecht war? Oder kocht ihr manchmal runter? Ah, vielleicht kocht ihr ab und zu vor Wut, wenn ihr runterbackt. Das war das Gute, das war ein Wortspiel. Ah, ja, das war besser als mein komisches Wort. Ja, schon. Okay, der war auch nicht besser, aber trotzdem. Mann, die ganzen Items sind jetzt schon weg. Dann macht ihr neu. Alter, ich springe immer zu weit, ich springe immer zu weit. Du hast etwas gesagt und das werde ich tun. Das war ich, ach, lass mal ihn. Er hat Freude dran, dann. Ja, du halt voll Spam. Was sind wir in der Diamantschaufel? Da passt nur eine davon ins Inventar. Oh, geil, ich hab Power Brails. Wie hoch, was mach ich? Ich frage einfach am besten gar nicht nach. Jetzt liegt hier unten wieder ganz viel Zeug. Hä, was war das gerade? Hä? Weiß nicht, ich hol sie. Wo sind sie? Da. Was war denn mal? Was war denn das? Ha. Ach, man, da darf bei dir... Ach, keine Ahnung, irgendwas komisch. Wieso, was denn? Meinst du, ein Block, den du geholt hast? Ja. Die können jetzt doch voll fies sein. Die springen noch nicht voll wegschlagen. Komm, komm, Plattform. Hast du Monsterspawner geholt, oder was ist das? Ja, das sieht so aus. Ach, das meintest du? Ja, das sieht wirklich so aus, finde ich. Ja, aber als ob es sind too many items. Hast du vielleicht den Mod geholt? Nein, ich hab many items. Okay. Ja, okay, das ist ja ein Mod. Ja, aber es gibt ja einen speziellen Mod dafür. Oh. Was ist Farmland? Ups. Hey. Ja, ich bin auch wieder ohne Faller. Hab mit meiner Moderation beschäftigt. Aber ich will das jetzt echt wissen. Falls ihr Zuschauer wisst, was damit gemeint ist, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Einfach, was ich mir alles gegeben habe. Ups. Mobspawner. Doch, ich hab mir einen Mobspawner gegeben. Ich bin aus Versehen draufgekommen auf die Tasche, ja. Mhm. Ha. 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 Ja, was, ha, ha. Je länger wir da brauchen, desto länger sind wir an der blöden Denk. Ja, wenn du... Obwohl, ich glaub, dieser bist du super besser als ich, also. Ja, wenn du mich... Nicht, wenn ich weiterkomme, aber... Wenn du mich dauernd runter schlägst. Das war nur zweimal, ja, und das war aus Versehen. Hab ich dir schon gesagt. Und wenn du es mir nicht glaubst, soll ich gleich einen Bogen und schieße dich da runter. Aha. Das fand ich nicht so witzig. Das war mal ein purer Ernst, ja? Das hab ich so gemeint. Komm mir so vor, so wie viel öfters sterberst du. Wo bist du grad? Bei den Betten. Boah, ich find's so geil. Hast du es geschafft? Ja. Ha, cool. Warte. Alter, komm jetzt hör auf. Was ist denn? Wollst du es eintippen? Nein. Ups. Ach, du willst es schaffen? Oh, sorry. Hä? Dann spring mal weiter. Ich hab ja meinen Checkpoint gesetzt. Ach so. Das find ich so unfair, ja? Woll ich grad machen, dann machst du und so einen Scheiß. Jetzt hab ich's bestimmt nicht mehr. Sorry, deswegen. Ja, jetzt schaff ich's ja auch nicht mehr. Mann. Das hab ich doch geschafft, Mann. Guck. Wohin? In welchem Bett hast du geschlafen? Ganz rechts. Ja, dann schlaf ich in der Mitte halt noch. Ich schlaf immer ganz rechts. Voll einfach. Ja, voll einfach. Ja, ich fall so auch runter, aber es ist trotzdem voll einfach. Finde ich nett. Ich schaff das nicht. Das kann man gar nicht schaffen. Wett mal. Muss man halt weg vom... Ah, klar kann man das schaffen. Nein, ich hab's wieso nicht einmal hoch geschafft. Kommt drei Versuche, nicht einmal hoch. Ein. Gut, dann, wie du hoch. Was hast du eigentlich immer in der Hand? Ach, die sterben ja scheiße. Mann, dann schlaf ich's runter. Egal, jetzt ist es so... Ich bin auf dich gesprungen. Nee, komm, das schafft man nicht. Ist doch voll einfach. Nein, ich schaff das nicht. Und ich sterbe immer an der gleichen Stelle. Ha, ich hab's geschafft. Ich schaffe ich mit dem ersten Sprung oder was? Wie meinsch? Mit dem ersten Sprung oder was? Ja, jetzt schaff ich's nicht, weil jetzt so ein scheiß Leidersprung kommt. Was hab ich gesagt? Hey, wie? Bist du da auch wer? Hast du mich eigentlich gerade gesehen? Ja, hab ich. Achso, ja, ich dich auch nicht. Das ist doch voll einfach, hast du recht. Ja, das mit den Zäunen ist einfach. Ja, jetzt schon, aber ich schaff's trotzdem nicht. Ja, ich schaff's gar nicht. Das ist auch eine gute Logik. Das ist einfach, ich schaff's trotzdem nicht. Im Vergleich zu so scheiß Leidersprüngen gefallen mir die Zäune besser. Boah, ich mach jetzt... Muss man da auf die Leider springen, weil irgendwie schaff ich das gerade auch nicht. Eigentlich schon. Ja. Springst du da eigentlich immer durch oder bleibst du bei jedem Zaunsprung stehen oder machst du immer zwei oder so? Ich bin... Beim ersten Mal bin ich durchgesprungen, dann bin ich beim letzten Zaun zu weit gesprungen, deshalb stopp ich bei jedem. Achso, ich nicht. Ich guck, dass ich eigentlich immer... Achso, wenn ich beim ersten bin, mach ich einen Stopp, spring dann zwei Felder, mach wieder Stopp und dann springe ich wieder zwei Felder und dann verreifft. Ich hab's auf die Leider geschafft. Also, weil ich... Also, solange ich es schaffe. Ich hab's auf die Leider geschafft, aber... Ui, bam. Da liegen voll wie Eier rum. Ha, 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 ha. Ich hab Eier gesagt. Ha, 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 ha. Ich hab Eier gesagt. Hi, hi, hi. Das war doch das Geste. Da bist du. Ja. Ja, ja, ja. Nein, komm, ich war doch an der Leider. Guck mal, wenn man sich da eigentlich einmal an der Leider festhält, dann bleibt man da auch und rutscht nicht einfach weg. Doch. Theoretisch. Ich rutsche auch die ganze Zeit weg. Ich mein, in real life würden wir da eigentlich nicht wegrutschen. Ist Minecraft real life? Nein, aber die können ruhig da noch bis der real life sagt, du, cool, ich hab's geschafft. Ja, klar. Klar, das ist ja so ein richtig langer Sprung oder großer. Das schaffe ich doch niemals. Dann wieder der Bettenbauer kommt. Ah, das bring ich ja wieder zu weit. Bam. Ich schaffe es meistens nie auf der Boden. Cool, gell? Oder oft zumindest. Höpf, höpf. Okay, ich bleib mal auf den Stein hier hängen, so eine Schande. Ja, außen mal läuft drunter, das sind halt viele Tiere. Ja, auf Gras vorn halt viele Tiere. Aha, ich bin früher gestorben. Ich bin aber vorbeigesprungen, Faller. Ein ganz konzentrierter Dominik. Wird er es schaffen? Ich hab auf die Uhr geschaut. Und Minecraft auf dem Boden. Ich weiß. Bam. Hey, hey. Hopf. Boah, wie geil, ich hab den Sprung geschafft. Den hab ich auch schon geschafft. Da hab ich's nicht geschafft, wo du jetzt bist. Da hab ich mich gesprungen und warte kurz. Haha, ich lauf runter. Einfach. Komm, komm. Oh, ich hab mich schon wieder da nicht geschafft. Vielleicht bin ich auch runter gesprintet, aber... Oh, ha, gesprintet. Auf jeden Fall hab ich springen vergessen. Ja, das ist bei mir auch ziemlich oft. Okay, ab und zu vergesse ich es nicht. Das passiert einfach. Wo bist du? Ja. Das will ich nicht. So. Ich bin gestorben. Ja, zweimal. Der Ton ist wohl schlecht. Ja. Ah, jetzt ist schon wieder besser. Äh, lebe ich bei dir noch? Äh. Und bin ich grad gestorben? Ich glaub, du lebst schon noch, weil dein Name ist schon... Hä, komisch. Ich hab überhaupt keinen Schaden. Okay, warte, kann ich mich nicht teleportieren. Ja, teleportier dich zu mir. Das hat voll keinen Sinn. Wenn ich grad runter falle. Kenn ich auch nichts dafür. Weil ich bin runtergefallen und dachte, es hängt wieder. Bei mir ist das halt so üblich. Hä? Oh. Sisch. Ja, egal. Ich bin wieder da runtergefallen und hab's auch überlebt. Oh, cool. Hä? Nein, das war blöd. Zweimal hintereinander. Ich dachte, es hat Kanger. Geh. Hangen. Hä? Es... Es hat gehängt. Es hat gehängt. Mit E und B. Das hört sich auch komisch an. Es hat gehängt. Ah, ich find's cool, ich find's cool, ich find's cool. Ich find's cool. Oh. Ja. Ja. Ja, wir, äh, unser Geschichtelehrer ist wohl cool, der hat, also das ist ja schon älter. Und? Ja, weiß übelst viel, äh, das ist einfach schlau. Hat ein groß... Ja, toll. Hat groß allgemein, wie sie so und dann hat... Ähm... Oder haben wir halt so gefragt, was du... Oder hat halt keine Ahnung von... Ähm, namen halt was erzählt, was...